Hallo! Das nachfolgende Video ist zeitlich vor den letzten drei Videos entstanden. Das heißt, es könnte sein, dass es irgendwelche Fehler in der Chronologie gibt. Keine Ahnung, habt ihr alle lange nicht mehr gesehen. Sorry Janis, dass ich das Video vergessen hab. Wird hiermit nachgeholt. Leute, mir wurde wieder eine sehr große Ehre zuteilen. Erstmal welcome back. Ich hab wieder selbstgebrautes Bier geschickt bekommen. Das ist immer, immer ein ganz besonderer Moment für mich. Äh, nicht von Köppelshöf sogar, was das Ganze noch viel außergewöhnlicher macht. Sondern von dem lieben Janis, von den Bierbraubrüdern. Der hat mir drei Biere geschickt. Eins davon trinken wir heute. Wir gehen halt langsam an. Ich will selbstgebrautem Bier ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken. Deshalb machen wir das einzeln. Hier ist ein Zettel bei. Den hab ich noch nicht gelesen. Moin Frank. Hier, wie versprochen, die drei Biere der Bierbraubrüder Walsum. Ich hoffe, alles ist heile geblieben. Öh, sieht so aus. Bei uns und in unserem Freundeskreis kam das Bier bisher ganz gut an. Auf Instagram, Bierbraubrüder, mit UE statt Ü, kann man uns sogar ab und zu dabei zugucken. Da muss ich aber mal nachgucken. Bevor du die Pullen jetzt mit Gewalt aufreißt und dir den Gerstensaft direkt ins Gesicht schleuderst, solltest du sie nach dem Transport erstmal zwei Tage in den Kühlschrank stellen. Die standen jetzt drei Tage drin. Dass du den Bodensatz nicht mit ins Glas kippen und einen Finger breit in der Flasche lassen sollst, kennst du ja schon von den anderen Selbstgebrauten. Jawohl. Obwohl das bei der letzten Lieferung von Köppelshöf gar nicht nötig war. Das fand ich richtig cool. Bei dem Dunkelweizen ist es eigentlich egal. Ich glaube, das trinken wir übrigens auch heute. Das soll ja auch nach Hefe schmecken, ja. Ich habe vor dem Transport etwas Druck abgelassen und hoffe, dass die Perlichkeit jetzt nicht gelitten hat. Das finden wir schon raus. Es sollte eine ganz normale Kohlensäure haben, wie man es von den meisten Bieren gewohnt ist. Hier ein paar Fakten. Wir heißen Bierbraubrüder Walsum, weil wir beide im Garten von unseren Eltern in Duisburg Walsum brauen. Ach Duisburg, ihr seid ja hier aus der Nähe quasi. Hier wird auch das weltberühmte Urfelspilz. Gehört übrigens zu Sinalko gebraut. Oh, das wusste ich nicht. Beides nicht. Aber nicht von uns. Ach so. Also schade. Auf dem Etikett sieht man die Walsumer Hubbrücke. Habe ich bestimmt richtig ausgesprochen, ne? Hubbrücke. Quasi unter unser Wahrzeichen. An Bier Nummer 3 habe ich nicht mitgewirkt und... Ach so. Hatte dann auch keinen Bock, ein Etikett zu basteln. Das ist verständlich. Die haben sogar Etiketten. Das ist richtig geil. Streng genommen sind die Biere nicht nach dem Reinheitsgebot gebraut, weil wir für die Flaschengärung immer ein bisschen Zucker in die Kanonen streuseln. Das macht Köppels Höf doch auch. Leider ist unser Klosterbier erst in dieser Woche, KW 43, fertig gereift. Die Gärung passiert auch in Walsum. Da wir beide nicht mehr dort leben, kommen wir nicht jedes Wochenende dahin und du musst also noch bis zum nächsten Paket warten, wenn ich denn noch eins bekomme. Hier sind jetzt die drei Biere beschrieben. Ich lese natürlich nur das eine vor. Bier 1. Ach ich fange sogar bei 1 an. Richtig geil. Dunkelweizen. Fünf verschiedene Malzsorten. Pilsenermalz, Weizenmalz, Karermalz, Weizenfarb und Sauermalz. Stammwürze 14%, Alkoholgehalt, grob über den Daumen vielleicht 5-6. Das ist eigentlich optimal für Weizen. Das haben wir ja errechnet, aber schmeck ruhig mal selber. Vielleicht schaffst du es ja, die Biere mit Erik zu probieren. Die nächsten beiden Pro... Oh, wie lange sind die haltbar? Weiß ich nicht. Wenn was kaputt gegangen ist, wäre echt doppelt mies, weil die letzten drei auf dieser Welt existierenden Flaschen dieser Biersorten waren. Ich kann die dir auch zurückschicken. Schreib mir kurz, wenn das Paket angekommen ist. Ja, ich lese die Zettel meistens erst, wenn ich das Video mache, aber ich schreibe dir das gleich. Hoffentlich vergesse ich das nicht. In diesem Sinne, viel Spaß und Prost. Jan ist von den Bierbraubrüdern. Ja, das mit Erik, das finde ich jetzt natürlich auch ein bisschen schade. Sollen wir das Video einfach beenden? Na, komm, die anderen beiden trinke ich mit Erik. Ist doch nicht schlimm. Ich halte mal das Etikett in den Dings. Ja, bei solchen... Ne, ich weiß ja nie, wann ich den Erik wiedersehe. Und so Biere halten ja... Ich weiß nicht, wie lange die halten. Das müsst ihr mir eigentlich sagen, aber... Ist auch immer schwierig. Weil-Summer-Bier-Braubrüder. Dunkelweizen, Brautradition seit 2020. Bin ich aber einer der Ersten, wa? Plöpp dat gut. Dat plöppt gut. Bin gespannt. Dunkel und Weizen, das sind ja beides Dinge, da stehe ich drauf. Köppelsöf, die mögen ja alle keinen Weizen. Also nicht so wirklich. Der Friedhoff mag das ja am allerwenigsten. Finde ich sehr schade eigentlich. Tja, Köppelsöf, jetzt habe ich mir eine neue Brauerei gesucht. Wer ein halbes Jahr lang YouTube-Pause macht, der hat aber auch nichts anderes verdient. Muss ich jetzt mal so sagen. Boah, der Schaum sieht ja richtig gut aus. Richtig, habe ich gesagt. Ich habe das ein bisschen verschluckt, ne? Ach, da ist ja gar nicht so viel Schmodder unten drin. Boah, das sieht ja aus wie aus... Also, wie aus Werbung. Ich bin überrascht. Wenn die Flasche zurückkamen willst, sag Bescheid, ne? Dann mache ich die mal wieder zu hier. So, stell die mal da hin. So, wenn ihr auch sehen könnt. Guck mal, wie schön das ist. Da kannst du ja gar nicht durchgucken. Das hast du auch selten bei dunklen Weizen. Meistens kannst du ja dann doch irgendwie durchschauen. Schauen, bin auch ein bisschen nervös, ne? Mal rein damit, ne? Kommt gerade von der Probe zurück. Also, jetzt will man erst mal runterkommen. Mit einem schönen Bierbraubrüder Weizen. Boah. Ja, das schmeckt ja richtig gut. Bin immer wieder überrascht von den Selbstgebrauten. Da erwarte man ja erstmal nicht viel. Wobei andererseits erwarte ich sogar von einem Selbstgebrauten, dass es besser schmeckt als bekannte Biere. Weil, ne? Weil ein bisschen Handarbeit, dann schmeckst du halt raus. Ja, das ist schon geil. Da denkst du ja immer wieder drüber nach, ob du nicht auch mal selber Bierbrauen willst. Weil, ha? Mach. Wenn da sowas bei rauskommt, ne? Ich mein, Bierbrauen ist natürlich teurer, als sich eine Kiste kaufen, aber... Ey! Hör mal auf! Die nehmen dir echt die letzte Freude. Du kommst nach Hause am langen Tag von der Probe und dann sowas. Obliftment! Das hat sowas ganz stark malziges. Kurz vorm Ende. Kurz vorm Abgang. Und das finde ich irgendwie cool. Das ist richtig spitz. Und ich sag mal, ja, fünf bis sechs Prozent würde ich auch sagen. Das Paulaner und das Erdinger, ich glaub, alle, alle guten, alle bekannten deutschen Weizen haben 5,5 Prozent Alkohol. Könnte sein, hat das auch 5,5. Sag mal! Darf der Papa hier nicht mal in Ruhe ein Video drehen, oder was? Guck mal hier! Ja, du isst nichts mehr. Warum nicht? Hast du keinen Bock? Hat neues Futter bekommen mal wieder, ne? Und jetzt ist das natürlich, ist das natürlich nichts. Verwöhnter Fatzke. Richtig teuer Futter habe ich dir gekauft. Mit 103 Prozent Fleischanteil. Ja, und was macht der damit? Nix. Irgendwann wirst du das fressen. Das hat die Erfahrung bisher gezeigt. Aber der hungert jetzt zwei Tage lang wahrscheinlich. Das kann durchaus passieren. Ja, der Juppes. Das schmeckt richtig rund, richtig weich auf der Zunge. Ja, mach ruhig den Fokus auch noch kaputt. Hallo! Hey! Ich trinke ganz gerne das Erdinger Dunkel und das Paulaner Dunkel. Da braucht sich das ja nicht vor zu verstecken. Ich finde das sogar leckerer als das Paulaner Dunkel. Erdinger bin ich nicht so sicher. Momentan ist das so ein kleines Steckenpferd von mir, das Erdinger. Ich weiß nicht wieso. Ich habe das lange Zeit gar nicht gemocht. Vor allem beim Ausatmen durch die Nase, da merkst du so ein bisschen noch was. Das ist richtig malzig. Da freue ich mich schon auf die anderen, ey. Aber ich warte bis der Erik. Vielleicht treffe ich mich ja, vielleicht kann ich mich ja irgendwann mit dem treffen. Vielleicht Freitag. Das wäre in fünf Tagen. Mal gucken. Dann kann ich zwar nichts für meinen anderen Kanal drehen, aber ja, muss ja auch nicht immer sein. Spritzigkeit, Mundgefühl, alles top. Kohlensäuretechnisch finde ich das nämlich echt optimal. Da können sich Köppelsöff noch eine Scheibe von euch abschneiden. Die haben ja immer ein bisschen Sprudelwasser. Sprudelwasserbier. Leute, nein, ihr wisst, ich liebe eure Biere. Ist cool. Ihr braucht da nichts dran ändern. Ja, schön, gefällt mir. Ich glaube, ich mache mir jetzt noch einen schönen, ruhigen Abend mit dem Bierchen hier. Guck mir noch ein Filmchen an. Scheiße, ich habe vergessen, mir einen Film auszusuchen. Oh, ne. Jetzt geht das wieder los. Naja, okay. Erstmal danke. Ich bin gespannt auf die anderen beiden, ey. Und ich gucke, dass ich den Erik an Land kriege, okay? Versprechen kann ich nichts, aber... Da kriegen wir hin. Wir wohnen ja jetzt nicht beide allzu weit auseinander. Zur Not gehe ich ja zu Fuß hin und klingel da einfach. Werf deine Scheibe ein. Mit dem Bier. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal und bleibt uns gewogen.